Mehr hören, mehr erleben. Der Audio Verlag. Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Gelesen von Ernst Konarek. Erschienen bei der Audio Verlag. Einleitung. Er wird doch, dieser selbe Mensch, Ihnen auf der Stelle aus purer Undankbarkeit einzig aus Schmähsucht einen Streich spielen. Er wird sogar die Lebkuchen aufs Spiel setzen und sich vielleicht den verderblichsten Unsinn wünschen, den aller unökonomischsten Blödsinn. Einzig, um in diese ganze positive Vernünftigkeit sein eigenes, unheilbringendes, fantastisches Element beizumischen. Gerade seine fantastischen Einfälle und seine banale Dummheit wird er behalten wollen. Diese Worte stammen aus der Feder des Mannes, den Friedrich Nietzsche für den größten Psychologen aller Zeiten hielt. Fjodor Michalowitsch Dostoevsky. Und doch drücken sie, wenn auch in Beritterer Sprache nur das aus, was die Volksweisheit seht eh und je weiß. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Es ist höchste Zeit, mit dem Jahrtausende alten Ammernmärchen aufzuräumen, wonach Glück, Glücklichkeit und Glücklichsein erstrebenswerte Lebensziele sind. Zu lange hat man uns eingerätet und haben wir treuherzig geglaubt, dass die Suche nach dem Glück uns schließlich das Glück beschehen wird. Dabei ist der Begriff des Glücks nicht einmal definierbar. Worin das Glück besteht, darüber waren die Meinungen immer geteilt. Lesen wir in einem Essay des Philosophen Robert Spähmann über das glückliche Leben. 289 Ansichten zählte Terentius Varro und ihm folgend Augustinus. Alle Menschen wollen glücklich sein, sagt Aristoteles. Und Spähmann erwähnt dann die Weisheit eines jüdischen Witzes vom Sohn, der dem Vater eröffnet, er wolle Fräulein Katz heiraten. Der Vater widerspricht, Fräulein Katz bringe nichts mit. Der Sohn erwidert, er könne nur mit Fräulein Katz glücklich sein. Darauf der Vater, glücklich sein? Was hast du schon davon? Die Weltliteratur allein schon hätte uns längst misstrauisch machen sollen. Unglück, Tragödie, Katastrophe, Verbrechen, Sünde, Wahn, Gefahr. Das ist der Stoff, aus dem die großen Schöpfungen bestehen. Dante's Inferno ist ungleich genialer als sein Paradiso. Dasselbe gilt für Miltons Paradise Lost, dem gegenüber Paradise Regained ausgesprochen fade ist. Jedermanns Sturz reißt mit, die ihn schließlich rettenden Engelchen wirken peinlich. Faust 1 rührt zu Tränen, Faust 2 zum Gähnen. Machen wir uns nichts vor. Was oder wo wären wir ohne unsere Unglücklichkeit? Wir haben sie bitter nötig, im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Welt, die in einer Flutwelle von Anweisungen zum Glücklichsein zu ertrinken droht, darf ein Rettungsring nicht länger vorenthalten werden. Nicht länger darf das Verstehen dieser Mechanismen und Prozesse die eifersüchtig gehütete Domäne der Psychiatrie und der Psychologie bleiben. Die Zahl derer, die sich ihr eigenes Unglück nach bestem Wissen und Gewissen selbst zurechtzimmern, mag verhältnismäßig groß scheinen. Unendlich größer aber ist die Zahl derer, die auch auf diesem Gebiet auf Rat und Hilfe angewiesen sind. Ihnen sind die folgenden Seiten als Einführung und Leitfaden gewidmet. Selbsterfüllende Prophezeiungen Ihr Horoskop in der heutigen Zeitung waren sie und ungefähr 300 Millionen andere im selben Tierkreiszeichen geborene, vor der Möglichkeit eines Unfalls. Tatsächlich passiert ihnen etwas. Also hat es mit der Astrologie doch seine Bewandtnis. Oder? Sind Sie sicher, dass Sie den Unfall auch dann gehabt hätten, wenn Sie das Horoskop nicht gelesen hätten? Oder wenn Sie wirklich überzeugt wären, dass die Astrologie krasser Unsinn ist? Nachträglich lässt sich das freilich nicht klären. Vom Philosophen Karl Popper stammt die interessante Idee, dass, etwas laienhaft ausgedrückt, sich für Oedipus die schreckliche Prophezeiung des Orakels deswegen erfüllte, weil er von ihr wusste und ihr zu entgehen versuchte. Gerade aber das, was er zur Vermeidung tat, führte zur Erfüllung des Orakelspruches. Hier hätten wir es also mit einer weiteren Wirkung der Vermeidung zu tun, nämlich ihrer Fähigkeit, unter Umständen genau das herbeizuführen, was vermieden werden soll. Und was für Umstände sind das? Erstens eine Voraussage im weitesten Sinne, also jede Erwartung, Besorgnis, Überzeugung oder ganz einfach ein Verdacht, dass die Dinge so und nicht anders verlaufen werden. Damit soll außerdem gesagt sein, dass die betreffende Erwartung entweder von außen, etwa durch andere Menschen, oder durch irgendwelche innere Überzeugungen ausgelöst werden kann. Zweitens muss die Erwartung nicht als reine Erwartung, sondern als bevorstehende Tatsache gesehen werden, zu deren Vermeidung sofortige Gegenmaßnahmen ergriffen werden müssen. Drittens ist die Annahme umso überzeugender, je mehr Menschen sie teilen oder je weniger sie anderen vom Lauf der Dinge bereits bewiesenen Annahmen widerspricht. So genügt zum Beispiel die Annahme, ob sie faktisch begründet oder grundlos ist, spielt keine Rolle, dass die anderen über einen tuscheln und sich heimlich lustig machen. Angesichts dieser Tatsache legt es der gesunde Menschenverstand nahe, den Mitmenschen nicht zu trauen und, da das Ganze natürlich unter einem löchrigen Schleier der Verheimlichung geschieht, genau aufzupassen und auch die kleinsten Indizien in Betracht zu ziehen. Es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis man die anderen beim Tuscheln und heimlichen Lachen, beim konspiratorischen Augenzwinkern und gegenseitigem Zunicken ertappen kann. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Allerdings funktioniert dieser Mechanismus nur dann wirklich klaglos, wenn sie sich ihres eigenen Beitrags dazu nicht Rechenschaft ablegen. Wie sie aber in den letzten Kapiteln gelernt haben sollten, ist das nicht so schwierig. Und außerdem, wenn die Sache einmal eine Zeit lang läuft, ist es ohne dies nicht mehr feststellbar und auch gar nicht wesentlich, was zuerst kam, ihr für die anderen lächerlich misstrauisches Gehabe oder das Gehabe der anderen, das sie misstrauisch macht. Selbsterfüllende Prophezeiungen haben einen geradezu magischen, wirklichkeitsschaffenden Effekt und sind daher für unser Thema sehr wichtig. Und sie haben ihren Stammplatz nicht nur im Repertoire jedes Unglücklichkeitsaspiranten, sondern auch im größeren gesellschaftlichen Rahmen. Wird zum Beispiel einer Minderheit der Zugang zu bestimmten Erwerbsquellen, etwa Landwirtschaft oder Handwerk, deswegen verwehrt, weil diese Menschen nach Ansicht der Mehrheit faul, geldgierig und vor allem volksfremd sind, so werden sie dazu gezwungen, sich als Trödler, Schmuggler, Pfandleiher und dergleichen zu betätigen, was die abschätzige Meinung der Mehrheit klar bestätigt. Je mehr Stoppzeichen die Polizei aufstellt, desto mehr Fahrer werden zu Verkehrssündern, was die Aufstellung weiterer Stoppzeichen notwendig macht. Je mehr eine Nation sich vom Nachbarn bedroht fühlt, desto mehr wird sie sich zu ihrer Verteidigung rüsten und desto mehr wird die Nachbarnation ihre eigene Aufrüstung für das Gebot der Stunde halten. Der Ausbruch des längst erwarteten Krieges ist dann nur noch eine Frage der Zeit. Je höher die Steuersätze eines Landes hinaufgeschraubt werden, um für die Hinterziehungen der natürlich für unehrlich gehaltenen Steuerzahler zu kompensieren, desto mehr werden auch ehrliche Bürger zum Schwindeln veranlasst. Jede von einer genügend großen Zahl von Menschen geglaubte Prophezeiung der bevorstehenden Verknappung oder Verteuerung einer Ware wird, ob die Voraussage faktisch richtig ist oder nicht, zu Hamsterkäufen und damit zur Verknappung oder Verteuerung der Ware führen. Die Prophezeiung des Ereignisses führt zum Ereignis der Prophezeiung. Voraussetzung ist nur, dass man sich selbst etwas prophezeit oder prophezeien lässt und dass man es für eine unabhängig von einem selbst bestehende oder unmittelbar bevorstehende Tatsache hält. Auf diese Weise kommt man genau dort an, wo man nicht ankommen wollte. Doch der Fachmann weiß, wie er das Ankommen vermeiden kann. Davon sei nun die Rede. Davon sei nun die Rede. ��bewerb